Jacques, ich bin in einen jungen Mann verliebt und er liebt mich auch. Und jetzt kommt eine Mutter mit der Kohle daher und will ihn heiraten. Was ist gemein von dir? Ich habe auf dieser Welt nichts mehr verloren. Ohne mein Gold will ich nicht mehr leben. Wir bekommen nur was Abteid, doch weil sie alles abzählt, fehlt uns jeden Tag Geld. Man muss in dieser Kackwelt krumme Dinger drehen, um zu überstehen. Doch wir werden alle sehen, wenn wir unter die Erde gehen, wie die Reichen sich im Graf umdrehen. Sie ist der größte Geizhals auf Erden. Ihr ist das Wort geben so zuwider, dass sie dir sogar ihre Aufmerksamkeit niemals schenkt, sondern immer nur leid. Jacques, koch uns einen Bohneneintopf mit Kastanien, dann sind alle nach einem Teiler satt. Warum sagt er denn gar nichts? Freut er sich überhaupt nicht, mich zu sehen? Er ist völlig überwältigt. Ich dürfte... Ich frage mich, wo das alles hinführt. Die totale Überdosis macht uns alle krank. Inflation, wir sind erledigt. All das Geld wertlos im Schrank. Memme, Backlash, Milieu. Ach, jetzt nie mehr Roulade.